Habe ich vom Guten mitgebracht Immer traurig Lando ist einfach der geilste man Also der erste Typ war MNY Punk, der zweite war Rave Und was sagst du bisher? Interessant auf jeden Fall Moin Leute was geht? Herzlich willkommen auf meinem Channel nicht Seim Auch wenn es vielleicht so wirkt Ja das wieder BMT mit dem BMT React Und wir haben wieder Fuggy dabei Was geht? Wir sind die Chaos Truppe Und verbreiten nur Chaos im Leben Und wir werden uns heute einen Song zusammen anhören Mal wieder Ich hab keine Ahnung warum es geht Er kennt nur Lando von den dreien Aber wir haben heute MNY Punk, Drave und Lando Und Murphy Trash Das sind ja noch mehr Das sind ja vier Leute Mit dem Track zusammen Also ich kenne halt von MNY Punk, Drave und Lando Friends Don't Lie und der Song ist einfach ultra geil Deswegen hab ich voll Bock mir den neuen hier zu geben Und das Produce bei Young Blast Beat Ist das denn so ein Black Metal Rap Producer oder was? Keine Ahnung Naja egal Wir hören einfach rein Wir haben keinen Plan worum es geht Jeffrey, der Bildschirmfehler ist auch wieder mit am Start Let's go Young Shiki Miki? PS4 Ehre! Und wir rauchen ein, ja und wir rauchen zwei Gramm Alle schon die drei, ja der Tag der ist noch lang Doch da schaffen wir zusammen Ja da schaffen wir zusammen Oh Und wir ballern ein Gramm Und wir ballern zwei Gramm Alle schon die drei, ja die Nacht sie ist noch lang Doch da schaffen wir zusammen Ja da schaffen wir zusammen Oh Kann ich bei dir pennen Heute nah Heute nah Und weil wir uns kennen Habe ich vom Guten mitgebracht Immer traurig Lando ist einfach der geilste man Also der erste Typ war MNY Punk, der zweite war Rave Und was sagst du bisher? Interessant auf jeden Fall Also man kann auch nicht viel sagen Es ist halt ein, ja, vier Leute sind am Start Und geben alles ins Mikro so Das ist so die Energy vom Song Aber so soll es da glaube ich rüberkommen Ja Also ich kann nicht viel dazu sagen Ist solide auf jeden Fall Lando kenne ich ja auch schon länger Lando ist einfach krass Das neue Album Mokuba ist Digga Das ist so viel hinterdacht Und das ist ganz crazy Das ist also wirklich ein gutes Album Also Ne? Ich muss mir das noch geben Habe ich immer noch nicht gehört Musst's mal machen Ähm Ja aber ey ich find So keine Ahnung Friends on Lie ist eher so ein bisschen So emotionalere Schiene gegangen Das Ding hier ist ein bisschen Eher so Partyfetzig mäßig so I don't know Ja Aber ist auf jeden Fall bisher schon mal nice Aber lass mal jetzt Lando's Part geben ne Ja Ich geh brah Immer traurig Schadig komm und trau dich Ich bin direkt weg man Seh ich bisschen blaulig Immer high wie dauli Ja ich schick den Saudi Ballern ein paar Bands und mit paar Fn in dem Audi Und wir rauchen ein ja Und wir rauchen zwei bruh Alle schon die drei Ja der Tag der ist noch lang Doch das schaffen wir zusammen Ja das schaffen wir zusammen Oh Und wir ballern ein Gramm Und wir ballern zwei Gramm Teile schon die drei Ja die Nacht sie ist noch lang Doch das schaffen wir zusammen Ja das schaffen wir zusammen Oh Kann ich bei dir pennen Heute Nacht Heute Nacht Und weil wir uns kennen Hab ich vom Guten mitgebracht Ja 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 Ey Ja sie schreib mir nach Sieg grad kann ich bei dir pennen Sag nur wann ich schuldig hab Brauchen drei vier Blunts Mit Öl und Asch Ja ich paub mir fünf Bars Ich besser beruf ne Nacht Ja Und wir rauchen ein ja Und wir rauchen zwei bruh Alle schon die drei Ja der Tag der ist noch lang Doch das schaffen wir zusammen Ja das schaffen wir zusammen Oh Kann ich bei dir pennen Heute Nacht Ja Ja Solide Chilliges Ding Okay chilliges vielleicht 187 Likes hab ich kaputt gemacht Nein Ah der muss disliken Stimmt Nein Spaß Ja Solides Ding Ein Brett halt Einfach ein Brett Also Ähm Der Producer Young Blast Beat Ähm Ich kenn den nicht Ich auch nicht Und Ich Vielleicht Ich Vielleicht bilde ich's mir nur ein Aber es war teilweise nicht ganz so gut abgemischt Ich glaube es lag der Ich glaube einfach weil viele Transitions und so bis Sounds noch hatten Das hat ein bisschen abgelenkt Aber ich denke mal dass das nur im Video so ist Die hatten alle eine sehr Also Lando kommt auf dem Track sehr aggressiv rüber sehr sehr also ist er eigentlich so gar nicht so bei den anderen Sachen also er ist zwar gut dabei aber man merkt durch die durch den Produce von Kira halt einfach dass hinter Landos Stimme einfach viel mehr Volumen und Einsatz ist und das hast du das fehlt in dem Song hier so ein bisschen und generell ist ein nicer Song aber es sind so viele Effekte und verschiedene Stimmen Und äh Voice ist in diesem Track drin die aber nicht so ganz ineinander übergehen sag ich mal also es wirkt sehr abgehackt jeder Part Also ich finde M&Y Punk und Drave die passen ultra gut zusammen die Stimme Ja ja also die auf jeden Fall Und ich weiß nicht dieser Murphy Trash der war nochmal so ganz anders einfach Ja ja der hat auch komplett reingebraked so und war auch ja ich weiß nicht hat hätte man vielleicht wenn es besser abgemischt gewesen wäre oder andere Effekte hätte es vielleicht übergreifend wäre Ich frage mich halt wenn man das Ding jetzt mal auf Spotify gönnt oder so also ohne die ganzen Effekte im Video vielleicht klingt es dann auch geiler Vielleicht einfach im Hintergrund ein bisschen laufen lassen ein bisschen sich das kurz fühlen den Song vielleicht klingt es dann nicer aber ich weiß es auch nicht Also ich fand den jetzt auch an sich eigentlich ganz stabil Song kriegt von mir jetzt eine 7 von 10 So eine solide 7 glaube ich Okay Ich glaube wir sollten generell mal eine Punktebewertung einführen so Ja also ey im Gegensatz also ich muss halt ehrlich sagen im Gegensatz zu Friends Don't Lie den hier fühle ich nicht Nicht ansatzweise so wie Friends Don't Lie Also Friends Don't Lie finde ich viel geiler Tatsächlich aber auch Keine Ahnung weil ich den Text von dem Ding hier halt auch nicht fühle so weil ich halt gar keine Drogen und so nehme ne Ja also ich Das habe ich das habe ich oft das Problem mit dem mit so Rap zu hören Natürlich Und du so ich fühle das voll Digga gib mir ne Spritze Ja ich fühle es nicht so heftig sehr ich Also Drogen sind prinzipiell schlecht aber man nutzt es ja auch nicht nur um sich weg zu ballern so deswegen ja ich sag jetzt lieber nichts Nein aber ich fühle halt alles was mit Rap zu tun hat es ist nicht schwer mich zu begeistern in dem Genre also Keine Ahnung also bei mir kommt es so ein bisschen darauf an so wenn jetzt Sanito oder so was über Gras raushaut oder so Ich finde ich passt das Ultra in den Vibe und so rein Ja ja Und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen aber ich sag mal in bei dem Song ging es ja fast hauptsächlich darum Ja Und kaum um andere Sachen und das sehe ich dann wieder so also für meine persönlichen Geschmack ein bisschen kritisch Es ging halt darum zusammen was zu machen und eins zu spliffen Ja Das war so glaube ich die Message aus dem Song glaube ich Ja also ich fände es glaube ich persönlich cooler wenn man einfach nur so ein Song übers zusammen chillen machen würde und das so ein bisschen vielleicht mit rein bringt aber jetzt nicht so Ja so einfach so in den Vordergrund Also wir sitzen in einem Club wir spliffen ein zwei drei Joints ballern weiter los ich werde es nicht bereuen irgendwie sowas keine Ahnung Einfach und dann so nebenbei nur so ein bisschen erzählen dass man kifft mit seinen Bros oder so aber es muss nicht ganz der Song drüber sein Ja das muss halt nicht so im Vordergrund stehen meiner Meinung nach Ja so sehr fühle ich das auch nicht also ne Aber ich muss jetzt nicht heißen dass der Song deswegen schlecht ist so Gibt ja auch voll viele Leute die das mega fühlen und sowas Also wenn ihr Bock darauf habt ich verlinke euch das Ding auf jeden Fall in der Videobeschreibung Und checkt auf jeden Fall my friends down live von denen ab Der hat einen ganz anderen Vibe und den fühle ich persönlich auch viel mehr Hast du darauf auch mal reaktet? Ne habe ich nicht Schade Können wir auch zusammen gleich noch machen wenn du Bock hast Das Video kenne ich glaube ich auch gar Doch das habe ich mir einmal glaube ich gegeben Aber das Video ist auch irgendwie ganz komisch aber irgendwie cool komisch Naja aber wie gesagt checkt mal die Videobeschreibung da ist der Song da ist sein Instagram sein YouTube und mein Socials Also checkt das aus geh da drauf und dann lasst einen Daumen nach oben Abo da und smash die Glocke um nichts zu verpassen Wir sehen es nächstes mal wieder wenn es wieder SBM2Reacts vielen Dank fürs Einschalten Tschüss Waui 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 Profit los.